Wollen wir was von der schwedischen Band Lutschmein hören? Wem jetzt? Lutschmeinschwanz, stell mal an. Ohhhh, gefilgt! Leute, ich kenne dich von der schwedischen Gericht Leckmein. Ne, was heißt das? Leckmeinschwanz. Hey! Ey, aber da müssen wir noch Joe einladen. Hey, welcher Joe ist das? Joe Mama! Ohhhh, aber da müssen wir auch Candice einladen. Ja, Candice wer? Candice nice fit in your mouth. Ohhhh! Können wir danach ein bisschen Imagine Dragons hören? Imagine Dragons? Imagine Dragons these balls! Bitte nicht, es stinkt Freunde! Whoa! Holy shit! Sick, Alter! Holy shit! Leute, ich sag so, die Dominik Rezmann Katzenreflexe mussten gerade eingreifen. Alter, dog. Gute Reflexe, ey, check! Chup, chup, chup. Kurzer Content. Was? Ja, ich weiß. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Hey, tschüssi. Könntest du schon lutschen meinen?